Jetzt ist es Kutotlou. Nice, Arcanian, nice. Wisst ihr, was mein Problem ist? Er hat sich da nicht alleine aufgehängt. Oh, wobei doch, es ist ein Galgen. Er hat sich alleine aufgehängt. Er wird mir nicht mehr viel über diese Monster erzählen können. Selbstmordnachricht. Ich kann mich nicht mehr länger wach halten und ertrage das nicht länger. Ich will nicht, dass sie wiederkommen. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, in meinen Träumen. Jedes Mal sehe ich sie in meinen Träumen. Sie tauchen direkt neben mir auf, berühren mich mit ihren kalten Pranken und stechen mich mit ihren Schwänzen. Es gibt nur einen Weg, dieses Leid zu beenden. Möge Cowwheel mir vergeben. Alle Hinweise gefunden. Ja, nichts wie weg hier. Puh. So, Retrie fragt Starfield. Gut, schlecht, neutral, Meinungen dazu? Ich eigentlich noch gar nicht, muss ich zugeben. Also, ich habe es mir so ein bisschen angeguckt und das sieht ganz witzig aus. Aber ich glaube, der Hype, den ich am Anfang hatte, dem wird es nicht gerecht. Was nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel sein muss. So, dann können wir jetzt zurück zum Onkel Doktor. Müssen wir nur noch einen Schnellreisepunkt organisieren. Befallenes Gebiet. Na, hervorragend. Ich wollte doch eigentlich nur zum Krankenhaus. Über Retrie klingt es zu gut, um wahr zu sein. Die Frage ist ja, was ist das, was du von dem Spiel erwartest? Na. Es macht einige Dinge sehr gut. Macht andere Dinge halt nicht ganz so dolle. Oh. Es ist ein Monster-Aal. Ei, 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 ei. Skyrim im Weltall, tausend Paneten Dinge tun, bis ich alter und grau bin. Also, das kannst du da vermutlich. Ich habe relativ viel von der GameStar dazu gehört. Und da ist so ein bisschen die Quintessenz. Es ist schon alles ganz nett. Aber es ist alles ein bisschen lieblos. Na, es gibt so ein paar Highlights. Und der Rest ist halt irgendwie alle so 0815. Was dich nicht davon abhalten soll, ist zu spielen. Ich werde es definitiv auch spielen. Nur halt noch nicht jetzt. Ich bin jetzt privat erstmal noch dabei, jedes Quäntchen an Inhalt aus Baldur's Gate rauszuquetschen. Und ich vermute, das wird noch einen Weichen dauern. Und dann sehen wir mal weiter. So, und Arkanir möchte unnützes Wissen haben. Auch Arkanir geht wahrscheinlich gleich ins Bett. Ein neues Student hat gerade gekommen, Sir. Dann machen wir das flott. Und Fjorda, danke schön für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Alle 10 europäischen Städte, in denen die meisten Autos gestohlen werden, liegen in Italien und England. Offensichtlich werden da eine Menge Autos geklaut. Unnützes Wissen Nummer 2. Eine Boeing 747. Besteht aus über 6 Millionen Einzelteilen. Auch das überrascht mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Du brauchst eine Menge Stuff. Und wenn du anfängst, jede Schraube einzeln zu zählen, dann glaube ich gerne, dass du da auf 6 Millionen kommst. 3D-Puzzle-Level-Maximum. Und ja, ein ganz hervorragendes Clem-Baustein-Set. Das sehe ich auch so. Da wird einem so schnell nicht langweilig. Geben Sie den richtigen Kandidaten Ihre Stimme. Unsere Stadt auf Pierce. Stimmen Sie für Pierce. Stimmen Sie für Ophel. So, und dann reisen wir nach hier. Und dann gehen wir da ins Krankenhaus zum Onkel Doktor. Und dann erklären wir ihm, was Phase ist. Nämlich, dass der ganze Kram infektiös ist. Und dann wird er uns irgendwas von Parasiten erzählen. Und wir müssen dann ganz schnell weglaufen, bevor er es schafft, irgendwelche Medikamente in uns reinzustopfen. Und gute Nacht, Arkin hier. Danke fürs Dabeisein. Hi. Ich war bei den Patienten mit den seltsamen Träumen. Ich war im Laden Ihres Patienten. Leider hat er Selbstmord begangen. Tja, das überrascht mich nicht. Tut mir leid, dass ich damit Ihre Zeit verschwendet habe. Haben Sie nicht. Ich bin auf Hinweise gestoßen, die uns mehr über die Herkunft dieser Plagegeister verraten könnten. Professor Westerbroke hat für Sie die Bezeichnung Stygische Schnitter gewählt. Auf was genau sind Sie gestoßen? Auf das Tagebuch Ihres Patienten. Seine Träume wurden immer realer und setzten ihm stark zu. Deswegen versuchte er, sich wachzuhalten. Aber vergebens. Diese Stygischen Schnitter tauchten neben ihm auf, während er schlief. Als wären sie seinen Albträumen entwichen. Ein übernatürliches Phänomen. Eine Manifestation muss schlimm für ihn gewesen sein. Ich fürchte, auch andere leiden unter derartigen Träumen. Mein Problem ist, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir haben es mit mehreren unterschiedlichen Phänomenen zu tun. Ne, denn wir haben die Leute, die schlecht träumen und dann irgendwelche Dinge manifestieren. Ne, wir haben aber auch, ne, diese, 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 diese Infektgeschichte. Irgendwie, ich, ich habe, ne, wir haben, wir haben ja schon mehrere Hinweise darauf. Und das ist, also es gibt unterschiedliche, alte, und ich habe das Gefühl, hier sind mehrere am Werk. Safe und Verwandter von Ingo Lenzen. Möglich, Ullenviech, möglich. Ich war zu Hause bei Jim Bells. Hat Ingo Lenzen auch so einen Parasitentick? Ich war zu Hause bei Ihrem Patienten, der sich in ein Monster verwandelt hat. Seiner Familie erging es nicht anders. Faszinierend. Konnten Sie herausfinden, wie es zu dieser Verwandlung gekommen war? Eine Kreatur gelangte aus dem überschwemmten Keller nach oben und steckte die Familie sozusagen an. Vermutlich mit der ausgespiehenen Substanz. Hm, wenn das stimmt, müssen wir das Haus unter Quarantäne stellen. Diese lithianischen Wiedergänger sind eine ernste Bedrohung. Eine ganze Epidemie würde die Stadt nicht überstehen. Wie nannten Sie diese Dinger? Lithianische Wiedergänger. Für die fantasievollen Namen dieser Kreaturen können Sie sich beim Universitätsprofessor bedanken. Für was ist der Professor? Für Literatur? Gibt es weitere Orte, die ich mir mal ansehen könnte? Ihre Forschungen sind interessant, Dr. Grant. Gibt es weitere Orte, die ich mir mal ansehen könnte? Ihr Engagement für die Wissenschaft ist löblich. Und Ihre Entdeckungen haben mir bei meinen Forschungen sehr geholfen. Danke. In der Tat gibt es noch zwei weitere Orte. Dieses Mal wird es allerdings gefährlicher. In einem Fall sind die Monster riesig. Aber ich werde sie natürlich angemessen entlohnen. Riesig? Erzählen Sie mir mehr? Erzählen Sie mir mehr darüber. Ich muss wissen, auf was ich mich da einlasse. Eines der größten Geschäfte von Oakmont wurde geschlossen, als die Flut kam. Ein Plünderer brach dort ein, wurde jedoch beim Plündern, wie soll ich sagen, unterbrochen. Ein riesiges Wildbeast ging auf ihn los und er schaffte es gerade noch aus dem Gebäude hinaus. Die Frage ist, wenn das Geschäft abgeschlossen war, wie kam diese Kreatur hinein? Und der Ort mit den nicht so riesigen Kreaturen? Erzählen Sie mir von dem Ort, an dem die Kreaturen hoffentlich weniger gefährlich sind. Es gibt hier in der Stadt ein Restaurant, das keinen besonders guten Ruf genießt, was nicht am Essen liegt, sondern daran, dass dort Frauen verschwinden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Der Lebensgefährte einer der vermissten Frauen war bei mir in Behandlung. Er traf schwer verletzt hier ein und erzählte mir von springenden Mäulern. Ich nehme an, er war auch in dem Restaurant. So ist es. Das Kuriose an der Sache ist, dass das Restaurant nach wie vor geöffnet hat. Bitte sehen Sie sich das mal an und bringen Sie den Grund für all das in Erfahrung. Haufen Arbeit, Leute. Wiedersehen. So. Aber wir haben ein bisschen Kram bekommen. Das ist ja schon mal gut. Professor Westerbrooks Leitfaden. Teil 1. Einheimische brachten mir mehrere Exemplare dieser Art, die laut ihren Aussagen bei ihnen zu Hause aufgetaucht waren. Alle Stygier verfügen über mehrere Gliedmaßen mit menschenähnlichen Händen. Sie sind resistent gegenüber Gift und Säure. Lediglich eine Art, der stygische Schnitter, ist aggressiv. Er verfügt bei einem krallenartigen Stachel, der schlimme Verletzungen verursachen kann. Hier am seltensten gesichtete Art, der Stygier ist der sogenannte Raucher. Er stößt riesige Mengen Rauch aus und lauert dann darin auf seine Beute. Am faszinierendsten finde ich den stygischen Weber, da er das Gewebe anderer Wilder-Biester wiederherstellen kann. Okay. Das könnte hier Mini-Cthulhu gewesen sein. Teil 2. Erforschung der Ogmonter Fauna nach der Flut von Professor A. Westerbrook-Universität von Ogmon. Teil 2. Lithianer. Lithianische Kreaturen ähneln Menschen. Nach zahlreichen Autopsien bin ich mir ziemlich sicher, dass Menschen aufgrund von Erregern zu diesem Monster mutieren. Die Blase an ihrem Körper erfüllen die Funktion zusätzlicher Herzen, die dafür sorgen, dass lymphatische Flüssigkeit voller Bakterien in den Magen des ehemaligen Menschen gelangen kann. Diese Flüssigkeit wird dann eruptionsartig ausgestoßen. Die bisher wenig erforschten Lithianischen und Sterblichen generieren sich äußerst schnell und über die Lithianischen Phantome gibt es Berichte, dass sie sich quasi in Luft auflösen können. Alles nur so mittelmäßig hilfreich. Okay. Restaurant Willow Lane zwischen Herold Street und Bullock Street. Östlich Reed Highs. Äh, Osten, ja, ist hier. Da fehlt, um das Thema abzuschließen, hat wohl leider auch Release-Geschwürigkeiten, die alle Spiele auf dem PC heutzutage haben. Ähm, du meinst Performance-mäßig. Habe ich gehört. Ist aber wohl nicht bei allen so. Scheint nur um spezifische Setups zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ist die Willow Lane. Hier ist die Bullock Street. Und da ist die Herald Street. Okay, das heißt, wir wären hier ungefähr damit. Dann haben wir hier das Geschäft der Ward Street zwischen Bourbon Road und Sam Street. Ward Street zwischen Bourbon Road und Sam Street hier. Ja, okay, aber ich würde sagen, wir machen erstmal wieder ein bisschen Hauptquest. Für was ist ein Gentleman, wenn nicht ein Effekt, um das Chaos, das unsere Welt zu steuern, eine Versuchung, um die Tod selbst zu kontrollieren, wenn es notwendig ist. Redri schmeißt irgendwie schnell noch ein Abo hinterher. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, Redri. Weiß ich sehr zu schätzen. Da sind wir dann schon wieder nur noch elf Abos von einem Skyrim-Stream entfernt. By the way, seht ihr mal. Ich glaube, ich habe das gar nicht erwähnt. In meinem Bereich im Eden-Street-Discord, wenn man ein Tickchen hochscrollt, gibt es eine Umfrage, ob wir eigentlich einen Wissenschaftler-Starfield-Durchlauf brauchen. Könnt ihr euch gerne beteiligen. Ich habe da nicht so richtig ein Zeitlimmer dran. Das war mir mehr so eine Sache von... Mich würde das Stimmungsbild interessieren. Ah, genau. Fabrik für Taucherzubehör. Seasmith Avenue zwischen Levy Coffin Avenue, Deep Shore Road, Grimhaven Bay. Subnautica-Wissenschafts-Durchlauf zu warm machen? Nee. Bei Subnautica bin ich raus. Seasmith Avenue zwischen Levy Coffin und Deep Shore. Das ist doch gut. Da haben wir auch Schnellreisepunkte. Dann gehen wir doch da mal rüber. Zack. Ja, Retri, ich verstehe deine Sorge um Spoiler, was bei Starfield. Aber genau deswegen ja die Abfrage. Das momentane Stimmungsbild ist deutlich. Können wir gerne irgendwann machen, aber nicht jetzt. So. Das scheint dir, als würdest du dich da ganz gut einsortieren. Irgendwo hier ist jetzt der Fachhandel für Taucheranzüge. Ah, waren wir da nicht sogar schon? Ja. Oder nee, wir waren an einem ähnlichen Ort. So. Soweit so schick. Auf Gawk habe ich was anderes gesehen. Was nach Sinking City eventuell. Was für die Verheilung. Kühlpulro. Ja, den habe ich auch schon im Blick. Ich habe bei diesen Spielen immer so ein bisschen das Problem, dass ich eine Vertonung brauche, damit ich mich nicht dumm und dämlich lese. Ja, das Schießpulver. Sehr gut. Aber ja, ich nehme das nochmal auf die Liste mit auf. Ansonsten, also wir werden hier als nächstes erstmal auf dem Slot Phantom Liberty spielen. Hier ist der Taucheranzug. Mit diesem hier hätte ich nicht einmal für eine Minute Luft. Dann brauchen wir einen anderen Taucheranzug. Genau, und was nach Phantom Liberty kommt. Hier, Schießpulver kann er nicht tragen. Na ja, dann machen wir doch noch ein bisschen Munition. Und was danach kommt, können wir schauen. In einem rostigen Taucheranzug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Verstehe ich. Vermute, die hängen hier schon ein Weilchen rum. Gregorz ist ein großartiges Konzept. Ja, ich finde die Idee auch hochgradig spannend. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es umgesetzt ist. Aber grundsätzlich interessant ist es auf jeden Fall. Haben wir eigentlich einen neuen Wissenspunkt? Haben wir. Ähm... Ja, hier können wir nämlich unser Munitionscrafting verbessern. Das gibt uns mehr Schuss. Ich glaube, da bin ich dafür. So. Mehr Munition. Ich bin ein Freund von mehr Munition. Ja, den stecken wir uns einfach in die Tasche offensichtlich. Hab Hund, Gewehr, Taucheranzug, Signalpistole. Mehr Hinweise gefunden. Naja, dann. Raus mit uns. Dann haben wir einen Taucheranzug. Letzte Tauchgang der Expedition erfolgt in der Nähe eines untermeerischen Felsenriffs, bekannt unter dem Namen Devil's Teeth. Die Stelle ist nicht weit von Oakmonterhaven entfernt, aber die Koordinaten sollte mit dem Boot problemlos dort hingelangen können. Na ja, dann. Und da haben wir dann jetzt ein Boot liegen. Willst du da echt alleine hinfahren? Ist schon bewusst, dass ein Tauchgang alleine eigentlich gegen jedwede Fortschriften ist. Wortschriften, Vorschriften. Na. Wer Robert Marklehmann fünf Minuten zugehört hat, der weiß, dass man sowas immer mit einem Partner macht. Gute Güte. Heute ist offensichtlich Raid-Mittwoch. Sabatustra, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du da bist. Wie lief's bei euch? Ihr habt Baldur's Gate 3 gespielt. Ah. Ist das eure Multiplayer-Runde gewesen? Mich würde da interessieren, wie gut ihr so vorankommt mit der Chaos-Truppe. Oder ob ihr überhaupt vorankommt oder ob ihr eigentlich damit beschäftigt seid, euch die ganze Zeit gegenseitig zu trollen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Hallo. So. Level 5 erreicht sind weiter. Ne. Also du musst auch nicht spoilern. Ich war nur generell neugierig, ob ihr überhaupt sinnvoll Progress macht. Okay. Lade-Sequenz. Und jetzt sind wir hier an diesem Riff offensichtlich. Okay. Aber das klingt doch schön. Freut mich. Dann, ähm, drücke ich die Daumen, dass das auch weiterhin so ist. Wir erkunden jetzt einen Riff mit unserem selbstgeklauten Taucheranzug. Ah. Und machen das offensichtlich ganz alleine, weil wir uns da jetzt selber runterlassen. Mhm. So wird das funktionieren. Und die letzte Tauchgruppe, die hier war, ist komplett wahnsinnig geworden. Das sind also ganz hervorragende Voraussetzungen dafür, dass wir da jetzt ganz smooth und entspannt eine Runde schwimmen gehen können. Da wird überhaupt nichts Gruseliges passieren. Da bin ich mir ganz sicher. Nicht. Also los geht's. Überhaupt nicht creepy oder so. Ja. Tauert zum ersten Mal hinab in die Tiefen, ins kalte Wasser. Erfolg. Freigeschaltet. Nee, wir haben so'n Ding-See. Die chemischen Lampen sind fast leer, aber ich denke, ich kann ihnen noch folgen. Und wir haben eine Harpune. Es ist doch wie die, die in der Stadt aufgetaucht sind. Ausrüstungskisten. 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 Ein kaputter Taucherhelm. Ein kaputter Taucherhelm. Ein... Ihr seht das, oder? hat's da. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh. la 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 la. la la scheiße die sind darunter bin ich darunter so einfach so als hätte ich es nicht gesehen somebody released the kraken hier ist ein skelett das ist aber nicht von denen dafür sind sie noch nicht lang genug rot wo gehen wir hier hin und du hast vorhin doch gesagt subnautica sei nichts für dich ja her Das war's für heute.